Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und falls du meinen Kanal noch nicht kennst, kannst du dir hier oben wie immer meinen Kanal Trailer anschauen und sehen, was bei mir auf dem Kanal los ist. Hier unten findest du den Abo-Button. Wenn du den aktivierst, kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren und direkt daneben befindet sich die Glocke. Wenn du die anmachst, verpasst du auch kein Video mehr von mir. Heute beantworte ich euch ein paar Fragen zu den Schnittflächen und Schnittgrößen der Nicer Dicer der verschiedenen Geräte. Und zwar von folgenden Geräten. Nicer Dicer Chef, Chef S, Fusion, Magic Cube und Plus. So, wie versprochen geht es heute um die Nicer Dicer, um die verschiedenen Größen. Ich habe jetzt alle Geräte einmal geöffnet mit den normalen Einsätzen, die in dem kleinen Set auch enthalten sind und habe auch überall den Einsatz mit 12 x 12 mm reingemacht, damit wir dann auch einen direkten Vergleich haben, wie das hier aufgeteilt ist. Ihr wundert euch vielleicht, warum der Chef S nicht neben dem Chef steht. Für mich ist neben der Messergröße auch das Volumen der einzelnen Auffangschalen entscheidend. Deswegen stehen die halt in dieser Reihenfolge. Der Auffangbehälter des Plus hat 1500 Milliliter. Der Magic Cube hat 1400 bis 1500 Milliliter, aber dann ist er auch gestrichen voll. Beim Chef S sind es tatsächlich 2000 Milliliter. In der Glasschüssel allerdings nur 1700 Milliliter. Das muss man auch wissen, dass die kleiner ist. Der Fusion, der hat fantastische 2500 Milliliter. Mit dem war ich immer sehr zufrieden. Jetzt kommt natürlich der Chef, mein Liebling, sage ich jetzt mal, mit 3500 Milliliter Fassungsvermögen und die Glasschüssel fasst auch noch 3000 Milliliter. Also das ist richtig schön viel. Jetzt kommen wir aber zu den Messern. Ihr seht schon, der Plus, der Magic Cube und der Fusion haben alle drei das geteilte Messer mit 7 x 7 cm Schnittauflage. Und beim Chef S und beim Chef haben wir eine Auflagefläche von 9 x 12 cm. Und es gibt noch einen Unterschied bei den Größen der Messer für den Magic Cube und für den Fusion. Da bekommt ihr auch nochmal die Möglichkeit dieses 7 x 7 cm Messer durch das 7 x 15 cm Messer. Dann habt ihr hier auch beim Fusion, so wie beim Magic Cube, eine große Auflagefläche. Bei dem Plus ist es so, dass ihr wirklich immer nur auf der kleinen Schnittfläche schneiden könnt, die 7 x 7 cm im hinteren Bereich und hier vorne wird geviertelt und geachtet. Also da habt ihr nicht die komplette Schnittfläche. Um euch das zu verdeutlichen, wollte ich euch das einmal zeigen anhand eines Hirtenkäses. Die Größe dieses Käses, darum ging es mir, kennt ja jeder. Die haben ja hier so eine gewisse Standardgröße und dann kann ich sagen, zack, ich lege es mir hier drauf auf den Chef S und er passt hier ganz bequem drauf. Ich probiere es dann auch bei dem Fusion. Auch hier würde das passen, wenn man das große Messer dazu hat. Und ihr könnt euch ja vorstellen, hier bei dem Magic Cube und bei dem Plus funktioniert das nicht. Da müsstet ihr ihn noch einmal durchschneiden. Das ist nur zur Erklärung, will ich viel vorschneiden müssen oder nicht. Wenn nicht, dann wähle ich eins von den Geräten. Ist mir das egal, ob ich dann vorher noch einen Schnitt mehr mache und habe nicht so viel Stauraum, dann wähle ich eins von diesen Geräten. 9 Teilig bis 21 Teilig. Mittlerweile auch schon inklusive Twist als Set erhältlich. Und der Magic Cube, den gibt es in 12 und 15 Teilig. Da bekommt ihr zwar auch die großen Messer, aber nicht als erstes Starter Set sofort enthalten. Der Chef S, der ist 8 bis 23 Teilig. Den Fusion, den gibt es 10 bis 34 Teilig. Genau wie den Chef, den gibt es natürlich auch bis 34 Teilig. Und zwar 15 bis 34 Teilig. Mit sämtlichen Schüsseln, Glasschüssel und so weiter. Glasschüssel, genau, die gibt es nur für den Chef S und für den Chef. Ich zeige euch hier nochmal die Glasschüssel vom Chef S. Die hat ja ein Fassungsvermögen von 1700 Milliliter und die ist für eine Lasagne für zwei Personen. Wunderbar! Wer mehr machen möchte, nimmt dann die Glasschüssel vom Chef. Ihr könnt halt direkt reinschneiden, reinschichten, ab in den Ofen und fertig. Es gibt eine Besonderheit, die gibt es nur bei der Fusion. Und zwar macht ihr hier die Pinockel rein. Ich ziehe es jetzt ein Stück vor. Ich hatte extra alle an die Wand gestellt, damit ihr auch die Tiefe der Geräte seht. Der kommt alleine hoch. Das ist wirklich nur beim Fusion. Das gibt es nur bei dem. Der Fusion hat noch ein Highlight, was auch kein anderer Hobel der anderen Geräte hat. Bei dem verstellbaren Hobel, der ist genau wie beim Chef, 5 Millimeter hoch, kann man außerdem noch diese Klingen hier ausfahren und könnt dann schöne Julienne-Streifen schneiden. Sowohl hier als auch beim Chef habt ihr auf dem Hobel, auf dem verstellbaren Hobel, die Möglichkeit den Handyhopper aufzusetzen, eure Tomate, Zwiebel, Apfel reinzustellen und das ganz einfach runter zu hobeln. Das ist wirklich eine meiner liebsten Funktionen bei den beiden Geräten, da ich das auch sehr oft benutze. Jetzt fragt ihr euch natürlich, welcher ist denn jetzt für mich der richtige? Welchen soll ich denn jetzt nehmen? Dafür muss man sich die folgende Frage stellen, was habe ich damit vor? Wenn ihr wenig Stauraum habt und nur für ein bis zwei Personen kocht und schneiden wollt, dann reicht auf jeden Fall der Plus. Der ist klein, kompakt, da passen in das neunteilige Set alle Teile unten rein. Das hatte ich euch auch mal gezeigt. Wer dann doch schon ein bisschen raffinierter arbeiten möchte und mal was Besonderes möchte, der kann sich hier an dem Magic Cube erfreuen. Bei dem Cube ist es ja so, jeder Dreh ein neuer Schnitt. Hier hattet ihr die beiden Messer, dann habt ihr die Jillian und könnt direkt loswobeln und reiben und fertig. Dafür braucht ihr dann immer nur den Behälter rausziehen und zur jeweiligen Schnittfläche drehen. Und zur Reinigung nehmt ihr am besten einmal alle Aufsätze ab und dann seht ihr, kommt ihr auch hier nach dem Ausspülen mit dem Schwamm in alle Ecken und könnt ihn reinigen. Und einfach den Schrank verstauen, egal ob liegend oder stehend. Wer tatsächlich die größere Auflagefläche haben möchte und für zwei bis drei Personen was machen möchte, da würde ich auf jeden Fall den Chef S. empfehlen. Der ist ja mittlerweile auch schon im Set bis zu 23 Teilig erhältlich. Und auch hier bekommt ihr die Glasschüssel. Das ist ja hier die Besonderheit. Auch mit wenig Stauraum hat man hier eine große Schnittfläche. Der Fusion ist auch nach vielen Jahren, ich habe den auch damals direkt schon am Anfang gehabt, ich glaube 2013 kam er raus. Da habe ich ihn mir auch schon gekauft und war natürlich begeistert, weil ich dann hier endlich viele Aufsätze hatte, die ich benutzen konnte. Und auch diesen wunderschönen verstellbaren Hobel, wo man zusätzlich noch die Klingen ausfahren kann. Das hat nur der Fusion und deswegen auch eins meiner Lieblingsgeräte. Also der Fusion, vor allen Dingen mit den 2500 Milliliter an Schüssel, einfach genial. Den mag ich immer noch sehr. Und jetzt kommt hier mein heiß geliebter Chef. Der ist einfach von der Größe für meine Bedürfnisse am besten geeignet. Ich kann immer alles direkt reinschneiden. Hier ist die Besonderheit, hier könnt ihr bei der Plastikschüssel auch unter den Schneidaufsatz den kleinen Auffangbehälter reinsetzen. Und erstmal eure Zwiebel schneiden und macht dann nicht den großen Chef dreckig. Und natürlich auch hier der verstellbare Hobel, nicht mit den ausfahrbaren Klingen, aber auch mit Handyhopper. Das ist nämlich hier auch genauso. Hier habt ihr auch die Möglichkeit bis 34 Teile aufzustocken oder das auch gleich in dem Set zu kaufen. Das empfehle ich immer. Kauft lieber gleich das größere Set. Wenn ihr nachkaufen müsst, ist es immer teurer. Und jetzt noch ein Highlight, was ich wirklich ganz selten bei Firmen gesehen habe. Dass es möglich ist, die Messer von mehreren Geräten untereinander zu tauschen. Und ihr könnt jetzt tatsächlich die Messer vom Magic Cube und die Messer vom Fusion gegenseitig benutzen. Müsst hier natürlich den Adapter wieder tauschen. Ganz wichtig, immer wenn es geteilt ist, muss hier oben eine kleine Adapter rein. Das heißt also, wenn ihr von dem Fusion noch einen Aufsatz habt oder von dem Magic Cube und wollt auf den Fusion wechseln, so könnt ihr eure Messer von dem Gerät auch für dieses benutzen. Und das finde ich richtig gut. Und jetzt fragt ihr euch, geht das auch beim Chef S und beim Chef? Na, was denkt ihr? Ihr könnt also tatsächlich die Messer vom Chef S auch bei dem Chef nehmen, was mit Sicherheit nicht empfohlen wird. Aber ihr könnt das machen. Und ihr könnt ja auch die Deckel tauschen. Könnt ihr dann auch den Tomaten- und Gemüseschneider mit 6 mm Abstand nehmen. Bekommt das bessere, feinere Ergebnis hin. Und könnt ihn dann auch hier benutzen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und habe euch nicht mehr verwirrt als geholfen. Das wäre schlecht. Also in diesem Sinne, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie unten rein. Ich beantworte euch die gerne in einem kurzen Video oder kurz als Kommentar. Viele liebe Grüße, eure Sophie. Bis zum nächsten Mal.